Hallo und herzlich willkommen zum vierten Podcast der Presentainment Group. Wie man das Wort Team richtig buchstabiert. Der Weg zum konstruktiven Miteinander. Rein buchstäblich betrachtet ist die Frage schnell beantwortet, wie man das Wort Team richtig buchstabiert. Und weit verbreitet ist auch das Akronym, das Team inhaltlich für die Aussage steht toll, ein anderer macht's. Genauso verhält es sich dann übrigens häufig auch mit der Haltung der an Teammeetings teilnehmenden Personen. Aus Formulierungen wie, man sollte mal, man müsste doch, man könnte ja eventuell, spricht die Hoffnung des Einzelnen, der Kelch der Initiative oder auch Verantwortung möge an ihn vorübergehen. Und genau so kommt es dann auch meist. Der Kelch geht am gesamten Team vorüber. Irgendwie kein Wunder. Steckt doch die Silbe, man, auch in jemand. Und von jemand fühlt sich eben niemand angesprochen, geschweige denn zu etwas verpflichtet. Warum aber ist das so? Warum werden in den Unternehmen jedweder Größenordnung und Branche Tag für Tag Millionenbeträge regelrecht vernichtet, in, im günstigsten Fall ereignisreichen, aber deutlich häufiger ergebnislosen Meetings? Falsche Frage. Viel interessanter ist die Beantwortung der Frage, wie lässt sich das ändern? Wie lassen sich Teams installieren, in denen sich jedes einzelne Team Mitglied gemeint und angesprochen fühlt und deshalb Initiative ergreift und Verantwortung übernimmt? Etwas Ursachenanalyse muss sein. Die Universität Münster beschäftigt sich seit längerem mit Bewerbungsgesprächen und Einstellungsprozessen. Eine der für unser heutiges Thema relevanten und aufschlussreichen Erkenntnisse der entsprechenden Forschungsarbeit ist die Tatsache, dass Führungskräfte immer mehr vom Selben einstellen. Sie suchen sich getreu dem Grundsatz gleich und gleich gesellt sich gern, am liebsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, die Ihnen selbst ähneln. So entstehen Monokulturen in Unternehmen. Und was mit Monokulturen passiert, lässt sich von der Natur lernen. Abgesehen davon, dass Sie einem Boden irgendwann auch die letzten Restbestände der benötigten Nährstoffe entzogen haben, knicken Sie einfach um, wenn ein ordentlicher Sturm kommt. Es waren die Mischwälder, die Kyrill standgehalten haben. Übertragen auf Unternehmen bedeutet das, Teams mit sich ähnelnden Teammitgliedern mögen sich zwar gut verstehen und es schnell schaffen, sich auf eine gemeinsame Komfortzone zu verständigen, aber sie entziehen einem Unternehmen langfristig die überlebenswichtigen Ressourcen und werden stürmische Zeiten kaum bis gar nicht überstehen. Die erforderliche Alternative liegt auf der Hand. Diversity ist für Unternehmen lebensnotwendig. Es muss an dieser Stelle über Vielfalt gesprochen werden, auch wenn der Begriff Diversity in den letzten Jahren, ähnlich wie das Wort Nachhaltigkeit, möglicherweise etwas zu stark strapaziert wurde. Da werden in Konzernen Diversity-Beauftragte benannt, die sich in erster Linie und allzu oft eben auch nur um Gender-Diversity kümmern, also eine hierarchieübergreifende zahlenmäßige Balance von Frauen zu Männern zu erreichen versuchen. Die Erkenntnis der Uni Münster greift leider auch in diesem Fall. Egal, ob ich als Führungskraft eine Frau oder einen Mann einstelle, am liebsten umgebe ich mich mit Menschen, die mir ähnlich sind. Diversity ist mehr als nur dieses ausgewogene Verhältnis von Mann zu Frau. Kulturelle Vielfalt ist gemeint. Unterschiedlichkeit in den Denkmustern und Gewohnheiten, Andersartigkeit bezogen auf die motivationalen Treiber der handelnden Personen, verschieden sein in den bevorzugten Verhaltensstilen und Unterschiedlichkeit in den Kommunikationsmustern. Würde man diese Vielfalt nicht nur zulassen, sondern vorsätzlich und gezielt herbeiführen, entstehen allerdings zwei neue, andere Herausforderungen. Erstens, Teams werden für Führungskräfte schwerer steuerbar. Und zweitens, innerhalb der Teams wachsen die Anforderungen an die Sozialkompetenz und hier insbesondere an die Kommunikationsfähigkeiten des Einzelnen. Unterschiedliche Sprachen erschweren das Verständnis. Zur Analyse von Denk- und Verhaltensstilen, zum Erfassen individueller Kompetenzen, sowie zur Evaluation der Motive von Menschen und dem Abbilden einer Persönlichkeitsstruktur stehen eine Reihe von unterschiedlichen Diagnostik-Tools zur Verfügung, um nur einige zu nennen, Big Five, DISC, Insights MDI, Struktogramm, MBTI oder das RIS-Profil. Einerseits gibt es eine Reihe von Überschneidungen dieser verschiedenen Tools, zugleich bildet jedes dieser Diagnostikverfahren, aber auch andere Teilbereiche der Persönlichkeit ab. Jedes Verfahren ist geeignet, als Instrument bei der Personalauswahl oder im Rahmen eines Teambildungsprozesses eingesetzt zu werden. Und zwar in der Form, dass bewusst Persönlichkeiten mit komplementären Profilen ausgewählt werden. Ein erster wichtiger Schritt in Richtung echter Diversity. Da Menschen mit unterschiedlichen Motiven, Denkmustern und Persönlichkeitsprofilen, aber auch unterschiedliche Sprachen sprechen, wird es zwangsläufig zu einer Fülle von Missverständnissen kommen. Und hier kommt die Skill-Strategie ins Spiel. Skill-Strategie, die optimale Ergänzung zu allen gängigen Persönlichkeitsanalysen. Skill ist eine ideale Ergänzung zu den gängigen Denkstil- und Motivanalysen sowie Kompetenzerfassungsmodellen, denn sie ist die einzige Diagnostik, die die Wahrnehmungs- und Wirkungskompetenz eines Menschen vollumfänglich abbildet. Während zum Beispiel das RIS-Profil oder RIS-Profil Aufschluss darüber gibt, was einen Menschen antreibt und motiviert, bildet Skill ab, was davon auch von anderen wahrgenommen wird. Während DISC zum Beispiel analysiert, welche Verhaltensweisen ein Mensch bevorzugt, diagnostiziert Skill, ob und wie die bevorzugten Verhaltensweisen eines Menschen bei anderen ankommen. Skill ergänzt die existierenden Analyse-Tools, also bestens getreu dem Grundsatz, was hilft es mir zu wissen, dass ich eine sehr einfühlsame und gewissenhafte Persönlichkeit bin, wenn es kein Mensch merkt. Während alle gängigen Diagnostikverfahren ein unveränderbares Profil abbilden, mit dem man sich den Rest seines Lebens arrangieren und das Beste daraus machen muss, bildet Skill das momentane Wahrnehmungs- und Wirkungsrepertoire eines Menschen ab, zeigt auf, wie sich dieses Repertoire kontinuierlich erweitern lässt und bietet dazu konkrete und praktische Übungen an. Wirkungsbalance ist das Ziel. Zum besseren Verständnis dessen, was hier mit Repertoire-Erweiterung, mit dem Ziel der Wirkungsbalance gemeint ist, ist ein kurzer grundsätzlicher Blick auf die Skill-Strategie hilfreich. Insgesamt wird hier von vier Interaktions-Modi oder Typologien gesprochen. Erstens von Sensus, dem Beziehungsmenschen. Zweitens von Korpus, dem Körpermenschen. Drittens von Intellectus, dem Vernunftsmenschen. Und viertens von Lingua, dem Sprachmenschen. Innerhalb dieser vier Modi oder Cluster gibt es jeweils vier weitere Interaktionsfaktoren. Dies sind im Bereich Sensus Innere Präsenz, die Fähigkeit, die eigene innere Stimme wahrzunehmen und die Bereitschaft, ihr auch zu folgen. Innere Überzeugung, das Wissen um die persönlichen Glaubenssätze und die Fertigkeit, diese auch für andere wahrnehmbar werden zu lassen. Prozessorientierung, die Fähigkeit, ganz im Hier und Jetzt zu sein und auf die Situation und seinen Dialogpartner einzugehen. und Emotionalität, das Interesse an und die Hinwendung zu den eigenen und den Gefühlen anderer. Im Bereich Korpus, Erscheinungsbild, Kleidung, Accessoires, Haare, Körper, Pflege, kurz die äußerliche Erscheinung eines Menschen. Mimik, die mimische Ausdrucksstärke der Person und ihre Fähigkeit in der Mimik anderer lesen zu können. Gestik, ihr gestikularisches Vermögen und die Fähigkeit, die Körpersprache anderer Menschen genau wahrzunehmen. Und räumliche Präsenz, die Fähigkeit, durch Körperspannung, Blickkontakt, Auftreten und Ähnliches, einen Raum gut wahrnehmbar auszufüllen. Im Bereich Intellectus treffen wir die Faktoren an. Analytik, das Interesse und die Fähigkeit, den Dingen auf den Grund zu gehen und allem eine gründliche Analyse voranzustellen. Zielorientierung, Klarheit in Bezug auf die eigenen Ziele und das Geschick, diese Ziele auch konsequent zu verfolgen. Strukturiertheit, die Fertigkeit, Themen sauber zu strukturieren und die geplante Struktur auch konsequent umzusetzen. Und Sachlichkeit, das Vermögen, stets die Sache im Blick zu behalten und immer wieder auf die sachliche Ebene zurück und damit auf den Punkt zu kommen. Und last but not least im Bereich Lingua, Stimme. Das Geschick, durch Betonungen das gesprochene Wort tonal zu verstärken und die gewünschten Stimmungen durch die Stimme auszulösen. Artikulation, die Deutlichkeit der Aussprache und das Vermögen durch zum Beispiel Pausenspannungen zu erzeugen. Beretsamkeit, ein umfänglicher Wortschatz und die Fähigkeit, die eigenen Gedanken verständlich formulieren zu können. Sowie Bildhaftigkeit, die Fertigkeit in Bildern und Metaphern zu sprechen. Mit Hilfe der Skill-Diagnostik kann nun exakt abgebildet werden, in welchen Faktoren eine Person stark und in welchen sie weniger stark ausgeprägte Kompetenzen hat. Ein Skill-Profil sieht dann zum Beispiel so aus. Wird die weiter oben geforderte Diversity berücksichtigt, verhalten sich auch die Skill-Profile der Team-Mitglieder komplementär zueinander. Da sich aber die Kommunikation schwierig gestaltet zwischen zum Beispiel einer Person, die sehr intuitiv und emotional wahrnimmt und wirkt, und einer Person, für die Zielorientierung und eine klare Struktur von großer Bedeutung ist, ist es in der Folge wichtig, dass beide Team-Mitglieder im übertragenen Sinne die Sprache des jeweils anderen erlernen. Der strukturiert Wirkende muss daran arbeiten, die emotionalen Kommunikationsbedürfnisse seines Vis-a-Vis zu bedienen und der emotionaler Kommunizierende sollte die Fähigkeit trainieren, seinen Ausführungen mehr Struktur zugrunde zu legen. Ziel der Skill-Strategie ist es, das Repertoire der handelnden Personen so zu erweitern, dass sie final ein ausbalanciertes Profil aufweisen. Und das sähe dann so aus. Eine Persönlichkeit mit einem solchen Profil ist in der Lage, die Kommunikationsbedürfnisse jedes Gesprächspartners schnell zu erfassen und sich bestens darauf einzustellen. Sie verfügt über situative Interaktionskompetenz. Hier stellt sich die Frage, wenn alle Team-Mitglieder ein derart ausbalanciertes Interaktionsprofil aufweisen, sind sich am Ende dann nicht doch alle wieder gleich und von Diversity fehlt jede Spur? Situative Interaktionskompetenz macht Diversity praktisch erst möglich. In ihren motivationalen Treibern, in ihren Denkstilen und ihren Verhaltensweisen sollten die Team-Mitglieder eines Teams unbedingt unterschiedlich sein. Je divergenter und komplementärer die Profile der einzelnen Persönlichkeiten sind, desto produktiver werden die Teams und desto außergewöhnlicher werden die Ergebnisse sein, die diese Teams hervorbringen. In ihren Kommunikationsprofilen sollten sie sich aber sukzessive einander nähern und angleichen. Aber nicht in der Form, dass der eine den Kommunikationsstil oder bevorzugten Interaktionsmodus des anderen übernimmt, sondern so, dass beide in allen Interaktionsmodi senden und empfangen können. Denn nur dann werden sie mit jedem Gesprächspartner außerhalb des Teams kommunikativ klarkommen und nur dann werden sie sich wechselseitig auch innerhalb des Teams auf allen Frequenzen wirksam erreichen und erfolgreich ansprechen. So buchstabiert man Team richtig. Team-Mitglieder, die sich angesprochen fühlen, sind auch bereit, die Initiative zu ergreifen und Verantwortung zu übernehmen. Da gibt es dann keine Formulierungen mehr wie Man sollte mal, man müsste doch, man könnte ja eventuell. Das Teamverständnis ist dann nicht Toll, ein anderer macht's. Team-Mitglieder, die die Initiative ergreifen und Verantwortung übernehmen, weil sie sich gemeint und persönlich wertgeschätzt fühlen, leisten ihren Beitrag zum Team so, wie es richtig buchstabiert gehört. Totales Engagement à la Miteinander.